Alter, nimm mich ernst als Gegner! Ich tu dich doch total ernst nehmen, komm mal, das siehst du doch. Oh, da kann auch noch mal ein Schlag... Oh, Schlag! Au! Wuhu! Szenen! Szenen! Jetzt kommt hier wieder ein Flugzeug! Alter! Oh. Guck mal, das Wollo. Haha, na eher du, weil du bist doch schwarz. Musst du die Kombination merken, rechts und A. Oder links und A, Alter, ist so schwer! Yay! Dreistock. Ne! Ne, mit Mega Man spiel ich nicht mehr, hab mich dagegen entschieden. Fick dich Mega Man, du hast mich ziemlich enttäuscht. So viel zu dem Thema, vielleicht diesmal gegen jemanden mit Skill. Fuck! Nein! Nein! Geh weg! Geh weg! Oh! Weg! Weg, sag ich! Bock, please! Jetzt hör mal auf damit! Nein! Nein! Fuck! Ja! Ich bin so schlecht! Ich bin so schlecht! Wenn ihr wissen wollt, wie das Battle tatsächlich ausgegangen ist und wer der King of Kings ist, Kornel ist es nicht. Ähm. Dann gu- Naja, nö. Ich wurde halt gesagt, ja, kannst du mich mal eben einmal besiegen? Ja, okay. Kein Ding. Kein Problem, Mann! Mach ich doch gerne! Der springt mit dem Circle Pad. Jetzt werden sich alle so einen Kopf packen, so Face-pum-bam! Hörst du das Klatschen überall! Ja, aber ich- Boah, das hast du nicht! Ich hab das! Boah, bist du ein Noob, Alter! Was ist los mit dir? Boah, bist du scheiße! Boah, warum guck ich solche Leute? Ich will nur Leute mit 30.000 Internet, mit 30 Millionen Internet da gucken! Fuck! Oh, aber das- Der war nice! Alter, Wollo! Da hast du- Da hast du gut gedacht, nach oben ist- Hat Vorrang vor nach unten. Und das hast du sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht! Traumhaft! Oh, da kann er sich nicht mal mehr retten, der Niki! Da kann er sich nicht mal mehr retten! Trottel! Idiot! Ah, ein bisschen labearschig, Black B! Nennen wir ihn Black Bitch! Vermutlich heißt er Black Bitch, ja! Das ist die Black Bitch, Leute! Die, äh... Ist ziemlich gut! Nachkommentiert könnte ich den Jay hier locker besiegen! Ist so! Ist so! So! Wir haben mit Tunnel gekämpft! Jetzt weiß ich, dass alle aufstehen! Du musst... Ich muss... Ich muss... Kargeo spielen! Ne! Mann, aber... Aber dafür hat er... Hat er König DDD genommen! Ja, das war so cool! Weil König DDD ist so geil und... Das war so witzig! Und auch, äh... Die Leute im Chat denen sagen, ey! Der spielt mit den Charakteren, mit denen er Bock hat zu spielen! Mit denen es ihm Spaß macht! Hm! Aber... Aber... Das ist gar kein Pokémon! Du musst doch ein Pokémon nehmen, sonst kann das doch gar keinen Spaß machen! Ja, ist klar! Ist klar! Jetzt haltest du den Charakter schon, jetzt nimmst du mal gefälligst den anderen! Ist ja klar! Logisch! Oh man, please! Bla! Du machst mich wahnsinnig! Ah! Bitte! Fuck! Oh, ich bin so dumm! Oh, meine Hand ist so grutschig, dass ich kotzen könnte gerade! Hand! Please! Die Cats! Die sind so... Katzenmäßig, flauschig und äh... Doppelpunkt 3-mäßig am Start! Guck mal zum Kotzen! Oh, komm Mario! Lass mir noch ne Chance! Das wird auf YouTube hochgeladen! Denk dran!